Schönen guten Tag, mein Name ist Arne Lietz. Ich bin der Abgeordnete für Sachsen-Anhalt im Europäischen Parlament für die SPD. Ich bin selber Facherskind und komme aus Mecklenburg, bin Kind des Konziliarenprozesses in den 80er und 90er Jahren und freue mich sehr, einen kleinen Gruß zu sprechen für die Tagung Ökumene und Weltverantwortung im Lothar Kreisig Ökumenezentrum. Und freue mich sehr, dass Sie heute versammelt sind. Leider bin ich nicht in der Lage, wir haben einen Landesparteitag, die Landesliste wird aufgestellt, wir haben im März die Wahl und vor diesem Hintergrund bin ich in Wittenberg heute dort leider verortet. Ich freue mich aber sehr, dass Sie eines der zentralen Themen ansprechen, die auch in meinem Verantwortungsbereich liegen. Zum einen habe ich in den letzten Jahren zum Thema Lutherdekade Reformationsjubiläum gearbeitet, auch in der Ökumene den Luthergarten mitbestellt und unterstützt. Zum anderen bin ich jetzt im Europaparlament zuständig für auswärtige Politik, Menschenrechte und Entwicklungszusammenarbeit. Und in dem Fall bin ich groß geworden mit den Agenda 21 Gruppen in der Kirche und freue mich sehr, dass Sie direkt zu dem Thema der Umweltenzyklika des Papstes arbeiten. Der Papst war im Europäischen Parlament und hat dort letztes Jahr schon mal die Kernpunkte inhaltlich vorgetragen. Jetzt hat er diese Themen nochmal verstärkt vorgetragen, die Themen seiner Umweltenzyklika in den Vordergrund gestellt, als er in New York gesprochen hat bei den Veranstaltungen zu den 2030 entwicklungspolitischen Zielen. Damit ist die Enzyklika auch hier besprochen worden im Europäischen Parlament. Sie erinnert eben an den konsilialen Prozess für Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung und muss gleichzeitig Hintergrund bekommen in den politischen Debatten. Er war sehr dezidiert in den Fragen der Nachhaltigkeit, in den Fragen der Umweltsituation. Wir haben jetzt in Paris gerade den Umweltgipfel und von daher ist es sehr wichtig, dass diese Themen weiterhin Bestand haben und auch gleichzeitig Eingang finden in die Diskussion, die wir jetzt beginnen. Viele von Ihnen wissen, dass in New York die Millenniums-Entwicklungsziele zu den Sustainable Development Goals, also den nachhaltigen Entwicklungszielen, für das Jahr 2030 gesetzt wird. Und hier haben wir einen Prozess, den wir alle schon kennen. Aus der Situation der Rio-Konferenz, der Agenda 21 Gruppen. Ich finde es sehr sinnvoll und hilfreich. Und wenn wir über die Ökumene sprechen, dann ist es nicht nur die Enzyklika, sondern auch gleichzeitig ein EKD-Papier, was explizit das Thema aufgegriffen hat, die entwicklungspolitischen Ziele 2030 zu thematisieren und auch zu überlegen, wie die Kirche hier in der Ökumene, aber auch in seiner eigenen Struktur diese Themen aufgreifen kann und sollte. Wir wissen bei den Agenda 21 Gruppen, dass es darum ging, wie wir diese Situation der Nachhaltigkeit vor Ort lokal mitentwickeln und gestalten können. Das sind schlussendlich genau die Ziele, die ja auch auf 2030 angesetzt werden. Ich würde mich sehr freuen, wenn die Kirchen erneut sich nicht nur des Themas aus der Gesellschaftssituation, aus der Diskussion annehmen, sondern auch in der Kirche überlegen, wie die Kirche selber diesen Beitrag leisten kann. Die entwicklungspolitischen Ziele richten sich nicht nur für die Entwicklungsländer, sondern richten sich auf die Situation auch in unseren Ländern und damit auch in unserer Gesellschaft, in unseren Kirchen. Vielleicht finden sich ja wieder auch in Kirchgemeindegruppen, entwicklungspolitische Zielgruppen auf 2030, die genau an diesem Thema arbeiten und was das auch für die Gemeinden oder für die Landeskirche bei uns in der Region bedeutet. Ein weiteres Thema, was ich gerne ansprechen möchte, weil ich die letzten Jahre im Wittenberger Rathaus tätig war, zum Thema Reformation, ist das Themenjahr, was sich hervorragend eignet. Das Themenjahr dieses Jahr bis 2017 heißt von 2015 bis 2016 das Themenjahr Reformation und die eine Welt. Und vor dem Hintergrund bietet es sich an, Veranstaltungen dazu zu machen, die eine Welt zu denken in den entwicklungspolitischen Zielen und das mit der Reformation und den Reformationsthemen im Einklang zu bringen. Ich freue mich auf interessierte und engagierte Veranstaltungen, was dazu auch entwickelt werden kann, auch bei uns in Mitteldeutschland. Ich wünsche Ihnen eine erfolgreiche Tagung und wünsche mir vor allen Dingen erneut ein Gespräch auch gerne mit Ihnen in der EKM. Ich hatte das Glück, Vertreter der EKD einmal hier in Brüssel willkommen zu heißen von den verschiedenen Landeskirchen, wo wir genau darüber gesprochen haben und auch das Papier der EKD damals in Brüssel vorgestellt haben. Und wenn wir miteinander in den nächsten Jahren oder auch im nächsten Jahr, vielleicht zum Themenjahr sogar, ins Gespräch kommen können in der Ökumene, wie sich diese 2030 entwicklungspolitischen Ziele bei uns durchdekliniert und mit unterstützt werden können. Ihnen eine erfolgreiche Tagung und alle besten Grüße hier aus Brüssel. Tschüss! Nein! Vielen Dank.